Musik So Leute, es geht weiter. Mina begrüßt unsere Leute. Ja, ja. Und die Zuschauer. Hallo. Dieser Fall wird denke ich nur wieder FSK 18. Ahem, ahem, lust. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Wir begehen uns zum Endbus. Scheiße, das hat sich noch ein Schwertwechsel nicht richtig halten kann. Das Schwert. Au. Meinen Sie, schafft das ein 10 Minuten? Ja. Ach nee, ich hab den schon mal in 3 Minuten gefertigt. Für diesen Dunkelkopf an den Kampf, sei mir der als Opfer für den Mächten kann. Für dich ist es nur schwer erklären, ob es die Eis- oder die Feuerhexe ist. Äh, stimmt. Hahaha. Meine Flammen, wenn die bis auf die Knochen verbrennen. Das ist jetzt die Feuerhexe. Das ist die Eis-Hexe. Mein Eis-Tau, dann ist jeder gefriert. Jeder hat gefriert. Wenn ich jetzt so farbe, dann ist es leichter, aber ich glaube nicht. Der, der, der Dingens, ne? Der Satz war unlogisch. Wie kann man das, wie kann man das gefriert? Das, 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 das ist so unlogisch. So, Killer-O-Mars. Killer-O-Mars? Also, hier in dem, ich weiß nicht. Mina, komm, erklär du das Verfahren, wie der denn ausgeht. Also, es sind zwei Hexen. Eine schmeißt Feuer und eine schmeißt Eis. Und mit dem Schild kann man das steuern. Das ist jetzt Eis. Ja, und das musst du jetzt auf die... Wieso, wenn du sie nicht anhörst, ist es zu dir leichter. Das ist auf die Knochen. Ja, wenn du dich nicht anhörst, dann kannst du das nämlich für uns anders lenken. Siehst du, was ich meine? Scheiße. Anfängen war nicht einfach weg. Oh, jetzt ist die Feuerhexe. So. Und wenn man getroffen wird, hundertprozentig bin ich in einem Mal im Arsch. Ich wette mir Leute. Soll ich bleiben, wenn ich ein Feuerhexe machen? Ich denke, du hast recht, das ist ein. Die zweite Runde, die... Erkehrst du dann auch mal, ja. Okay? Ja. Ich muss jetzt einfach mal zuhören. Ach, ich hab ja einen guten Tipp gekriegt. Weiter runter. Scheiße. Oh, ich bin runter, aber auch nicht. Ich bin runter. Ich bin runter. So viele Treffer wollen die da noch einstecken. Nein, das war's schon. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Oh, nächste Phase. Okay, Kona. Heute haben wir Kona's Hexi-Thermo-Hexi. Yay. Uh, wie sie ihn anzwickeln. Link denkt sich gerade, oh, oh, oh. Okay, das ist... So, das ist jetzt Eis. So, das ist jetzt Eis. So, das ist das. Also, die Hexenschirzen sitzen dreimal hintereinander Eis. So, das musst du mit deinem Schild auffangen. Und dann kann dein Schild Feuer werden. Äh, nein, nein. Und wenn du es gesagt hast, musst du zum Bekoronschwert wechseln. Ich hab das immer zur Zeit. Echt? Ja. Ich hab das irgendwie nie bei der Hexen an. Ich weiß auch nicht. Du darfst halt nicht in der Hand halten. Das ist... Das wäre schlecht. Ach ja, wenn man sich einmal für eine Farbe entschieden hat, dann darf man... Nicht die andere. Ja, genau. Und das tut es weh und ich bin ein Schild auffangen. Aber es ist sowieso... Wenn du keinen Fehler machst, dann schmeißen die immer dreimal hintereinander die gleiche Farbe. Nein, hab sie jetzt nicht getan. Echt? Ja. Die ist Assi. Die ist... Bei mir mal Assi. Bei mir nicht. Ja, sie ist ja eine Frau. Sie hat doch schon wieder Feuer. Ach so, ja klar. Siehst du, jetzt macht sie schon wieder Feuer. Nein, sehe ich nicht. Ja. Haha, ja. Mein Controller stimmt gerade. Den kriegt sich schon selber. Nein! Ich hab jetzt ganz auf die Pole anfangen. Das war jetzt aber trotzdem noch nicht der Geschwister. Egal, Alter. Eis. Oh, was ist du das? Man kann es. Also Eis ist hell und Feuer ist grau. Also Eis sieht weiß aus und Feuer grau. Da kann man es ein bisschen erkennen, wenn man... Das mache ich schneller Feuer. Und ich brenne. Ich glaub, du brennst tot. Du brennst doch nicht. Nein! 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 Warum nimmst du eigentlich keine Heiltränke mit Milch? Von Milch kannst du dich zweimal voll heilen. Ja, aber... Warum denn? Wäre doch eigentlich voll zu glücklich. Stimmt, aber blauen Elixir dafür gibt ich kein Geld aus, weil... Ich hab nur drei Herzen, also ich bin bekannt. Wird immer voll schlussbar sein. Ja, aber es ist weinig, ja. Und Fernroten braucht du auch kein Geld, das ist ihm recht Milch, und davon kannst du dich gleich zweimal voll heilen. Stimmt, und ich kann die Milch auch umsonst bekommen. Ja, bei den ganzen... Nee, richtig. Ich bin für den immer noch voll. Ja, das ist ja nicht davon. Aber ich sehe gleich... Das ist gleiche, du. Ich hätte dich schon längst in den Arsch rein. Wenn wir dann das auch wieder am Teil haben, haben wir jetzt einen Blatt. Wirklich, wie einfach das geht, schon ist er im Arsch. Die sexy Thermo-Hexe. Ich finde es so geiles Gespräch jetzt zwischen dir und die zwei. Ja. Sie trägten die Hommas nicht. Aber auf dem DS haben die den Namen gestrichen. Echt? Jawohl, oder? Wollten die nicht mehr. Der Hexen zugenett soll. Was? Hey, Kuhne, das schwebt dann über deinen Kopf. Weiß ich nicht. Aber über dir schwebt auch etwas. Kommt an doch. Wieso kommt die überhaupt in den Himmel? Weiß ich auch nicht. Ich denke, ich muss die Höhle nicht. Aber ich bin ja schon über Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Zwittige, macht dich nicht mehr als Mist. Das ist ja völlig sinnig. Wir sind Zwittige, wie kannst du denn älter sein? Du bist ja so schlimm. Ich kann dich aber nicht wissen. Ich sag mal so, ich mach dich fertig. Das Spiel ist ab 6 Mann. Die lernen dann sehr wichtig, dass Zwillinge gleich alt sein müssen. Und sie lernen Beleidigungen, dass man Kinder da oft zu mitkriegt. Ja, so schlimm sind die Bühne. Und sie lernen Beleidigungen, dass man Kinder da oft zu mitkriegt. Was? Hm? Wenn jetzt eh schon durch die Gegend und schreien dann an, du Penner. Also... Ja, aber... Ist doch auch egal. Die Kinder sind eigentlich mein Stück. Hast jetzt alle wenigstens... Ja... Ich kann jetzt nach Garnendorf. Nach Garnendorf? Garnendorf. Ich kenn ihn seitdem ich 6 Jahre alt bin, ja nicht in Garnendorf. Ich weiß nicht warum. So wie ich meine Dinger halt Lehrer nenn. Haha. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sie machen was aus dir geworden. Ein talentierter Schwertkämpfer. Ey, du darfst nicht auf mich stehen, du bist lesbisch. Und du hast ihr die Handschuhe geklaut? Indirekt? Oh weia. Ich bin völlig durcheinander. Ah, sie weißt schon nicht, aber sie ist lesbisch oder auf ihm steht. Hm. Die beiden Weiber haben mich verhext. Ich musste sogar ein Durftum aus der Verlangte. Das könnte man jetzt zweideutig verstecken. Nein. Aber bist du nicht überrascht? Die Ante ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als einer der Weisen gegen das Böse. Ja. Nur werden sie für das Bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein. Kira, der strahlende Wanderer durch die Zeit. Als Dank dafür, dass du den Fünf zum Geisterteppel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nenn das. Was ich cool finde, ist, dass er doch nicht gut verheiraten würde. Ja, ich find das ja eh so voll krass. Irgendwie, Salia will was von Leben. Ja, aber... Ja. Zelda. Aber bei Twilight Princess ist es nicht anders. Da hat er auch so viele Weiber. Ilia. Ilia. Ja. Ilia oder Liana. Und dann noch Midna später. Die macht ihn ja auch ein bisschen an. Und dann Zelda. Ich war so geflasht. Das Ende von Twilight Princess ist so toll. Ja. Das ist wirklich in Trapfreiheit geworden. Aber ich muss sagen, Link, auch bei Skyward Sword, Link tötet Gandalf immer brutal. Link tötet alle Gegner voll brutal. Stimmt. Aber es ist dir mal aufgefallen, dass fast einen Zelda-Endgegner irgendwie das im Auge zu tun hat. Alle Endgegner fürst du? Kira, der auserwählte. Endlich. Alle sechs Weisen sind er weg. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister. Alles dürfte ein Unbeginn. Zuvor jedoch solltest du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat dein Erinner. Endlich der Zitadelle der Zeit. Lohnt sich das jetzt noch dahin zu nehmen? Okay, Leute. Somit bänden wir den Partner bei das Projekt. Zelda-Endgegner-Time. Und dann entweder sehen wir uns da wieder. Oder bei... Äh... ...Rust and Eagle. Verabschiede dich. Auf Wiedersehen!